Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die elektrischen Geräte sind ja heute in keinem Haushalt mehr wegzudenken. Coop hat unter dem Qualitätsbegriff Satrap die grösste Auswahl von Haushaltsapparaten in der Schweiz. Über 60 verschiedene Geräte, von der Luftbefeuchter bis zu den grossen Tiefkühler. Bei einem Satrap Elektrogerät können Sie sicher sein, dass Sie für Ihr Geld auch die beste Qualität bekommen. Denn Satrap Haushaltsgeräte werden von verschiedenen Markenproduzenten hergestellt. Das hat den grossen Vorteil, dass Coop von den bekanntesten Markenproduzenten die besten Modelle auswählen kann und sie unter dem Qualitätsbegriff Satrap zu günstigsten Coop-Preisen anbieten kann. Dazu kommt, dass die Qualität der Satrap Geräte bei Coop laufend kontrolliert wird. In der Hauswirtschaftszentrale, wie wir das in einer der letzten Sendungen gesehen haben, und im technischen Labor, das wir Ihnen heute vorstellen. Herr Cantolupi, was ist Ihre Tätigkeit? Wir prüfen vor allem die Leistungsfähigkeit der Satrap Geräte, bevor sie in Verkauf kommen. Wir sehen es hier gerade am Beispiel des Föhn Satrap King. Ein guter Föhn soll nicht zu heiss geben und gleichmässig trocknen. Das prüfen wir mit diesen Temperaturfehler, die an einem Messgerät angeschlossen sind. Sie sehen, der Satrap Föhn heizt regelmässig in den vorgeschriebenen Temperaturwerten. Nicht nur die richtige Temperatur, sondern auch die Luftgeschwindigkeit und das Luftvolumen sind bei einem Föhn entscheidend. Der Motor soll eine höchste Leistung bei minimaler Abnutzung bringen. Das bedingt die richtige Tourenzahl, die wir hier gerade messen, mit einem sogenannten Stroboskop. Die Satrap Geräte sollen nicht nur leistungsfähig sein, sondern auch lange leben. Die Satrap Föhn hier laufen in diesem Lebensdauertest schon über 500 Stunden einwandfrei. Und sollte trotz allem an einem Satrap Gerät etwas nicht in Ordnung sein, haben Sie Ansprüche auf eine Siorgarantie. Danke Herr Cantaluppi. Sie haben gesehen, Coop tut viel für Qualität, aber auch für die Konsumenteninformation. Auf jeder Satrap Packung steht klar, was drin ist und was das Produkt leistet. Die Satrap Konsumenteninformation ist eine exklusive Gobleistung, die von den Konsumentenschutzorganisationen ständig kontrolliert wird. Nämlich vom Schweizerischen Konsumentenbund und von der Stiftung für Konsumentenschutz. Übrigens, die drei Satrap Geräte gibt es jetzt zu Schlagerpreisen. Die Kaffeemaschine Satrap Kaffeematt Kompakt. Die Kaffeemühle Satrap Moccafino. Und der Handmixer Satrap 3 Mix. Und jetzt zu einer speziellen, erfreulichen Meldung. Die Coop Teigwarefabrik in Mors am Genfersee hat Jubiläum. Nämlich 25 Jahre Erfahrung in der Herstellung der Qualitätsteigwaren Napoli aus Spezial-Hartweizengris und Gala mit Frischeier. Apropos Qualität. Hätet Sie gedacht, dass es für eine Tagesproduktion Gala-Teigwaren über 100'000 Eier braucht? Kein Wunder, dass Gala-Frischeier-Teigwaren die meistgekaufte sind. Für die Liebhaber der typisch italienischen Spaghetti gibt es jetzt eine sensationelle Jubiläumsaktion. Nämlich 500g Napoli-Spaghetti aus reinem Hartweizengris zum halben Preis. Und weiter gibt es bis zum nächsten Dienstag zu Hit-Aktionspreisen. Eine Rolle Arni-Biskuit, Schockel-Twin. 2 Liter Happy Day Orangensaft. 880g weisse Bohnen an einer feinen Tomatensauce. Ausländische Cipollet, tiefgekühlt Pfanne fertig. 125g Früchtigquark. Einen feinen Kugelupf mit Sultanine. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag gibt es als Hit am Wochenende 1 Liter Coop-Erdnoseöl. Und der aktuelle Preisschlag sind zwei paar Damenstrumpfhosen Avela, Sibyl. Und nicht vergessen, 500g Napoli-Teigwaren zum halben Preis. Für den 5000-Franken-Wettbewerb einfach wieder drei Produkte, die Sie heute gesehen haben, auf der Postkarte. Als Coop, Mittwochstudio, Postfach 4099, Basel. Einsendeschluss ist der 21. November 1977. Auf Wiedersehen am nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017